Buonasera ragazzi, come state? In diesem Video behandeln wir die betonten Objektpronomen, i pronomi tonici. Die betonten Objektpronomen gleichen, abgesehen von den ersten beiden Personen im Singular, den Subjektpronomen. Das heißt, ihr kennt im Prinzip schon alle Formen bis auf die ersten zwei Personen im Singular, nämlich me, te, luileilei, neu, voi und loro. Das Problem bei den betonten Objektpronomen ist, dass es im Deutschen kein Äquivalent gibt. Also im Deutschen gibt es diese betonten Objektpronomen einfach nicht. Deshalb kann ich euch jetzt auch nicht genau sagen, wie man die übersetzen würde. Also zum Beispiel für me würden wir im Deutschen einfach mich sagen oder ame wäre mir oder te dich, a te dir. Das heißt, im Deutschen haben wir einfach keinen Unterschied zu diesen Akkusativpronomen und Dativpronomen, die wir schon besprochen haben, also diese Pronomi diretti und indiretti. Im Italienischen gibt es aber sehr wohl einen Unterschied. Wir stellen uns also die Frage, wann brauchen wir im Italienischen diese betonten Objektpronomen? Und das zeige ich euch jetzt. Erstens zur Betonung oder Gegenüberstellung. Zum Beispiel, amo te, non lei. Ich liebe dich, nicht sie. Telefona avoi, non a me. Euch ruft sie an, nicht mich. In diesem Fall stellen wir zwei Dinge gegenüber, beziehungsweise betonen zwei Dinge. Nämlich, ich liebe dich und nicht sie. Und hierbei verwendet man die Pronomi tonici. Und Achtung, die Pronomi tonici stehen nach dem Verb und nicht davor. Viel wichtiger ist aber der Gebrauch nach einer Präposition. Das passiert nämlich sehr, sehr häufig. Zum Beispiel, vengo da te. Ich komme zu dir. Tocca a me. Ich bin an der Reihe. Vado a teatro con lui. Ich gehe mit ihm ins Theater. Immer dann, wenn ihr eine Präposition habt, also in diesem Fall da, a und con, wenn ihr so etwas sagen wollt wie zu dir, mit ihm und so weiter, dann brauchen wir die Pronomi tonici. Nämlich te, me und lui. Also bitte nicht mit dati oder ami oder con lo oder so, sondern wirklich date, ame, con lui. Und das waren die Pronomi tonici. In diesem Beispiel sollt ihr die richtigen Pronomi tonici einsetzen. Die Lösungen findet ihr in der Videobeschreibung. Falls noch etwas unklar ist und ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ragazzi.